Super, hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin Heuer Zocker und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Jetzt habe ich wieder eine längere Pause gemacht und ich habe keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, weil ich gesagt, was ich gerade machen muss. Ich bin wieder ein bisschen durcheinander. Also wir landen hier mal ganz cool, weil, ja, warum nicht? Und Also ich würde keinen Azrael finden, wenn ich ehrlich bin. Werde ich aber nicht, denke ich, den werde ich nicht finden. Das ist schade, 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 schade. So, du, 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 du. Na, 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 zu früh, so, ja, super. Super gelandet. Was mein Batsbo-Boy? Batsbo-Mobil. Wow, zack, zack, nie. Oh, yeah. Sexy. Wo bin ich? Oh, was geht da ab? Hallo? Also, wie viele Feuerwehrmänner? Es sind ja gar nicht viele, verdammt. Da fehlen noch einige. Das ist schlimm. Der Typ, warum ist der grün? Der weiß doch irgendwas, oder? Das war ja der Typ, der am Anfang die ganze Scheiße gebaut hat, ne? Die ganzen Leute umgebracht hat. Du kannst diesen Krieg nicht gewinnen. Es ist vorbei. Okay, schnauze vielleicht ein bisschen. Ha? Gut. Super-tuper, Baby. Super-tuper. Noch wird Gotham nicht untergehen, Batman. Dank dir. Jep. Servus. Erzählen Sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich, wenn es ginge, aber das ist ein verschlüsselter Sword-Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Ich bin drin. Perfekt, Gordon. I'm coming. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Oh, er lebt. Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst und ihn für mich ortest. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint von einem verlassenen Einkaufszentrum auszugehen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie könnten auf Hindernisse stoßen. Ich habe den Prototyp der Distanzstromladung bereits aus der Asservatenkammer des GCPD geholt. Er sollte mir weiterhelfen. Sehr gut, Sir. Ach, gut, gut, gut. So, warte. Wie muss ich jetzt? So muss ich jetzt. Ich verlaufe mich da immer wieder. Echt, ich... Panik. Du findest ihn. Ich weiß es. Natürlich, natürlich. Ich bin Bruce Wayne. Betsy Boy. Passt schon. Ich schaff das. No Problema, Senorita. So. Opa. Dass die mir nicht den Führerschein wegnehmen eigentlich, ne? Das ist nicht parat. Haben Batman überhaupt einen Führerschein? Das ist die Frage. Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Zack. Ich versteh nicht. Wow, 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 wow. Putzi. So. Ah, sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Wieso eigentlich nicht? Ja, alles klar. Aber ich mach die Dinger sonst nie. Upa. Warum stehst du da oben, du Stück? Das ist voll Cheating. Hey, voll Cheating. Oh no, warum ist das... Das ist so ein schweres Kackding. Wow. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss ja auch ein bisschen... Ähm. Jetzt lasst er mich da nicht ausweichen. Irgendwer schießt, ihr seht nicht. Fuck, ich hab die Dinger noch nicht. Ich hab die... Nein, ich werd das nicht schaffen. Leute, ich werd das nicht schaffen. Der Bereich ist zu niedrig. Ah, zu niedrig. Zu klein, in dem ich mich bewegen kann. Deshalb glaub ich nicht, dass ich das schaffen werd. Direkter Treffer bei ner Rattler. Das Ding da oben geht, macht sie mich am Sack. Das müsst weg als erster. Aber da musste ich als erster Ding. Ähm. Ja, ist klar. Ich hab keine Ahnung, was ich rede. Sieh mich grad Action hier. Passt schon, passt schon, passt schon. Woppa. Ja, ja, wer schießt da schon wieder auf mich? Gott. Alle. Alle. Nein, nein, nein. Ach komm. Das ist voll Cheating, Hacking, irgendwas. Was weiß ich, was ich laber. Was weiß ich, was ich laber. Ich weiß, dass wir nicht. Komm schon. Oh, super. Das ist alles nur... Ich bin Kunst... Kunstkiller. Panzerteam. Ich hätt das niemals annehmen sollen, den Sch... Ernsthaft jetzt da. Hätt ich nie machen sollen. Das sind einfach viel zu viele für mich. Der Bereich ist viel zu klein, in den ich mich bewege da. Also... Kein Platz zum Ausweichen. Ja, dann soll er zünden. Ich bin sowieso im Arsch. Komm schon, ich schieß hier drauf. Es zündet nicht. Super. Geh weg da. Geh weg da. Du geh auch weg. Verdammt. Geh weg. Verdammt. Geh weg. Verdammt. Komm schon. Fuck. No, 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 no. No. Ende. Ich hab's eh gewusst. Ich hab's gewusst. Hab's gewusst. Schande. Man wird sich an Sie erinnern, Master Bruce, versprochen. Ihr Opfer wird nicht vergeben sein. Ich so cool, das ist ich zum ersten Mal. Ach. Ja. Keine Ahnung. Ich scheiß drauf, oder? Ich probier das nicht nochmal. Ich probier das bestimmt nicht nochmal. Anderes Mal. Vielleicht in Ruhe mach ich das. Ich weiß nicht. Tschüss. Na, 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 na. Tschüss. So, wir wollen Mission. Wir wollen Missionen machen. Super. Aha, warte. Die Bullen werden verfolgt. Da, hilf mal. Also. Oh mein Gott. Ist das unten? Ja, ich muss da runter, oder? Komme ich da nicht hoch, irgendwie? Wenn ich das wegballer? Wer schießt hier? Was ist los? Verdammte Kacke, ich seh mich nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. So, gibt's irgendwie einen anderen Weg rein? Das ist zur Frage. Hopp. Ach, blöd. Falsch. Ich brauch einfach nur einen Weg rein, und dann passt er schon. Ja, vom Dach oben, oder? Vom Dach bis ganz noch runter, das ganze Gebäude durchnehmen. Badman's Panzer hat mich vorhin fast erwischt. Oder? Oder nicht? Oder nicht? Oder hätte ich da einfach die Tür öffnen können, und ich stell mich grad an wie der erste Mensch, ich weiß. Glaubst du diese Scharade als Scheutoffnung? Je länger du kämpfst, desto tiefer ziehst du Gotham in den Abgrund. Tja. Super, duper. Soll ich da zu Fuß? Nein, ich wollt doch... Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt, Leute. Ernsthaft, ihr wollt's kämpfen. Zack. Hey, ich hab drückt. Aber das hat man nicht mehr gegolten. Verdammt! Ich hab' dachte, ich hab' dich K.O. geschlagen. Tja, ich hab' schon wieder drückt. Es geht nicht, wenn ich den Typ grad versuch' zu snaggen. Okay, ich stell' mich grad' wirklich schlecht an, hey. Wo ist mein Batemobil, hey? Ich muss da anders irgendwie rein, oder? Ich hab' das voll, 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 voll falsch gemacht. So, wie ist da ein Reinkommen? Gibt's da ein Reinkommen überhaupt? Ja, sicher. Ich bin deppert. Ich muss nur schauen. Das ist dahinter, oder? Das kann... Ich kann nicht durch Wände hacken, oder? Durch den Gully! Wo ist der Gully? Wo ist der Gully? Ja, das Batemobil steht drauf. Das ist super. So war das. Super! Super, duper! Na komm, ich drück immer Files fürs Laufen. Woah! Da hab' ich jetzt nicht aufpasst. Da hab' ich jetzt nicht aufpasst. Ja, Blitzding. Du auch. Aus. So, und jetzt machen wir's wieder an. Falls Verfolger kommen sollten. Hm, dass's eh nicht ist, oder? Ojo, ojo, ojo! Ich hab' einen Plan, ich hab' den Plan. Ich hab' den Plan der Pläne. Wo ist das? Das ist da. So, jetzt hab ich kurz husten müssen. Aber jetzt geht's ab, Baby, jetzt geht's ab. Stopp, 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 stopp! Easy, 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 easy. Easy, easy, easy. So, steht da noch wer? Da steht jetzt niemand mehr, ha? Hallo? So kann ich das Ding jetzt da... Okay, das ist fertig installiert. Wo muss ich hin? Muss ich wieder runter? Das kann doch nicht sein. Aber ich blick da grad nicht durch, Leute. Ich blick, blick, blick da grad nicht durch. Da natürlich, ja. Kann ich kommen, super. Ja, super, super. Aber was machen wir jetzt? Voll lächerlich. Da ist natürlich sowas. Das hab ich nicht gesehen. Super, danke. Perfekt. Perfekt. Perfekt, kannst du kommen? Na, kannst nicht. Gut. Wow, ich brauch dich aber. So. Normalerweise müsste das Ding mir Auftrieb geben, oder nicht? Tut's aber nicht. Verdammte Kacke. Nix mit Logik. Der steht im Weg, denk ich. Bam! So. Jetzt darfst du kommen, Bad Boy. Ja, jetzt darf mein Bad Mobil kommen. Perfekt, perfekt, perfekt. Komm! Falls es dich tröstet. Crane hat den alten Jimbo bestimmt schon von seinem Leiden erlöst. Nicht, dass er noch etwas zu befürchten hätte. Seit sein kleines Mädchen... ...wurde die Tür gestickt wurde. Hm? Was hab ich denn da aktiviert? Kann ich jetzt da hoch? Excuse me. Natürlich. Natürlich! Weil ich da Beste bin. Ja! Weil ich da nicht der Beste bin. Gut. Ja, da weiß ich Bescheid. Bin ja nicht deppert. Bin ja nicht deppert. Komm schon. Komm schon. Also. Super toll. Oh! Ich weiß es natürlich nicht. Du hast mich ja nie besiegt. Meinst du, der Argenweich sitzt jetzt in irgendeiner schädigen Spillunke und kippt sich massenhaft billigen Whisky hinter seinem Masken? Oh oh! Ich brauche das Bad Mobil. Bad Mobil. Ich brauche das Bad Mobil. Nanananananana. Oh. Hört ihr was? Ja, hört er sich an wie. Was denn? Das ist Batman, er. Ich bin gekommen. Bad Mobil. Zack. Super. Perfekt. Gut, gut, gut. Gut, gut. Weil ich es kann, oder? Weil ich es kann. Wie viele Knochen willst du noch brechen? Alle! Alle. Ich bin Killer, hier. Der Player. Gut. Lass mal gucken. Lass mal gucken, gucken, gucken. Du bist eine Ausgeburt der Dunkelheit. Halt doch den Maul, hier! Aha! Aha! Aha, aha, aha. Gut. Wir fahren runter. Super. Was ist das? Geht nicht. Konnte ich nicht drücken. Wieso nicht? Ich habe ihn doch benutzen. Oh no. Weiter runter. Aha. Aha. Gut. Jetzt ist die Frage gar nicht, dass ich das doch so aufschlagen. Es. Ne. 23 Gegner. Ich hasse diese Blitz-Boy-Typen da. Okay, Leute. Es kann losgehen. So. Headbutt. Perfekt. Erledigt. Kurz umgucken. Nichts verpassen. Super. 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 Gut. Okay. Okay. Gehen wir mal so weiter. Bist du bereit, dein Geheimnis zu lösen? Bist du bereit, deine Legende Sternen zu lassen? Na, warte ab. Warte ab. Ja, die stehen alle super drinnen. Das ist perfekt. Das ist gut für mich. Ich hab sie alle erledigt. Gut. Gibt's keinen Strom mehr. Kurzschluss. Perfekt. Perfekt finde ich das. Kann ich da was drücken? Ne. Da krieg ich aber so. Ja, keine Ahnung. So, gibt's wieder Strom. Ich glaub, es gibt keinen Strom, ne? Muss ich weiter runter? Oder muss ich hoch hinaus? Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Ich versteh nicht. Sehr easy. Ich versteh schon. Oh mein Gott. Ja, ich bin voll the bad boy. So, wir gucken kurz. Ich kann da ja durch, oder? So ist er nicht. Oh fuck, so viele Leute. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Oder machen wir das? Na, aber warte kurz. Ich hab den Plan der Pläne. Nein. Warte kurz. Oh, das war das. Der hat schon lange nicht mehr zockt, wisst ihr. So, ich werd das kurz mal deaktivieren, gell? Was noch? Das da deaktivieren. Was auch immer du hast. Tja, gut. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Okay. Ja, aber gut, wir haben das deaktiviert. Also, passt schon, läuft schon. Gibt's eh nicht noch was, oder? Du, dich bist, äh... Tja, hab ich ja, hab ich ja. Perfekt. Was meint ihr, Ladies? Ich setze auf Batman. Denn genau wie ich hat ja keiner als verschaubere Weste. Wer mag kämpfen? Ich muss ich snacken. Ganz wichtig. Stromboi. Oh mein Gott. Ah, no, du bist der Stromboi. Aber ich hab grad kein Ding. So, weil ich falsch drück. Wie hab ich das gemacht, hä? Wie hab ich das gemacht? Würdest du gerne wissen. Ich weiß es selbst nicht. Ich hab eine Nachricht. Super. Kann ich grad aber nicht. Du, warte. Ah was, wie hat er mich erwischt? Ich hab doch gedrückt. Du Junge, Junge, Junge. Da geh schwimmen. Oder so. Was weiß ich. Fuck. Fuck! Den Typen hab ich ganz vergessen, dass der den Ding hat. Zack, zack. Bam. Ende gut. Alles gut. Zaukopf ist der beste. I'm the best. Blitzding, hä? Findest du sexy, oder? Gib's zu. Blitzding findest du sexy. Wo ist Habitant? Wo ist Habitant? Na, warte. Boots, Ende. Super, super. Gut. Jockey zeigt mir den Weg. Jockey kennt sich aus, danke. Ach, immer deiner Hand, Langer. Nur ein bisschen Folter und schon fangen sie an. Bitte aufhören. Ich vergate alle von Batmans Geheimnissen. Hu 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 hu. Ja, wie mach ich? Kann ich da einfach eh rüberlaufen, oder? Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Ich glaube, da rennt ihr noch. Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken? Wo ist denn das Batmobil? Kann ich schon weiter runter? Das ist die Frage. Nee, kann ich ja nicht. Warte kurz. Ich hab da sicher noch irgendwas zum Drücken. Irgendwo. Irgendwo kann ich noch was drücken. Lieg deinem Saal immer noch in deiner Hand. Die Antworten auf diese Fragen erwarten dich, Batman. Und ich auch. Das hab ich ja schon gemacht. Da ist die Tür aufgegangen, ne? Ähm. Ich muss ja irgendwie den einen Ventilator-Dingens da noch ausschalten. Da muss ich bestimmt irgendwo drücken. Da unten, oder? Das ist es fix. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Baby. Was ist denn? Ich mach da einfach Hacking. Gut, alles super. Aber das ist ein paar Sekunden vorbei. Bye, bye. Das war richtig. Gut, das war richtig. Blitzding, Kanone. Überladungs- am Ding. Tja. Komm! Ah, wie geht's nicht gut. Gibt's dir irgendwas noch? Ja, aber ich kann jetzt nicht runterjumping, weil er wird mich erledigen. Aber ich kann ja nicht jumping und gleichzeitig Hacking machen. Das geht nicht. Ich muss runter. Wisst ihr, das geht so nicht. Wie weiter komme ich nicht? Bist du blöd? Das ist vielleicht in die falsche Richtung, ne? Ja, genau. Da steh ich. Ich muss genau schauen. Nicht, dass ich zu weit runterfahre, oder? Aber es kann ja auch passieren, denke ich. Da, super, siehst du. Nein, ich wollte noch weiterfahren mit dem Batmobile. Ich wollte schauen, ob ich da durch kann mit dem Batsy Boy. Okay, ne. Da muss man auf Batman warten. Super. Jetzt muss ich aber Hacking. Das war falsch. Das killt mich. Zum Glück bin ich Batsy Boy. Nein, sind wir nicht. Ich weiß, ich habe da irgendwas machen müssen mit dem Batmobile. War logisch, ne? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht geht es auch so. Ging es aber nicht. Wehe, ich darf da jetzt wieder raufjumping machen, weil es uns zuck ich aus. Ich fahre jetzt einfach. Warum bin ich... Oh, mir sind da Bohre jetzt so weit unten. Da ist das. Ich bin ja deppert. Geht klar, geht klar. Schnauze, habe ich gesagt. Oder? So, Batboy. Ich stelle mich echt an. Ich stelle mich wirklich schlecht an. So, ich warte da schon mal oben, wenn das Batmobile kommt. Falscher Knopf. So, jetzt da so. Ja, ich will ja in die Höhe. So geht es schneller. Batman, steig ein. Oh Gott, dann muss ich die Tür noch öffnen. So, jetzt hatte ich keine Ahnung von dem Spiel. Ja, aber dieser Tunnel führt in die falsche Richtung. Durchsuch alle Pläne, die du finden kannst. Ich tue, was ich kann, Sir. Versuchen Sie, sich nicht zu verlaufen.